Der dänische Handballverein AG Kopenhagen entstand 2010 durch die Fusion der Handballclubs FCK Handbold und AG Handbold. Die AG Handbold war 2000 gegründet worden. 2012 ging der Hauptgeldgeber verloren, so dass die Spieler zum KIF-Kolding-Körb im Haun wechselten. Jasper Nilsens Ausstieg und Insolvenz Anfang Juli 2012 kündigte der Gründer und Besitzer des Vereins Jasper Nilsen seinen Ausstieg an. Als Grund gab er die ständigen negativen Schlagzeilen einer bestimmten Zeitung über seine Person und die damit verbundene Belastung seiner Familie an. Damit verlor AG Kopenhagen eine bedeutende Geldquelle. Der Verein versuchte vergebens einen neuen Besitzer zu finden. Am 30. Juli 2012 gab Sören Kolding den Posten als Geschäftsführer auf. Am selben Tag wurde Nilsens Schwester Annette Nilsen zu seiner Nachfolgerin ernannt. Am 31. Juli 2012 meldete der Verein beim zuständigen Gericht SOG Handelsretten Insolvenz an. Alle Spieler und Mitarbeiter wurden mit sofortiger Wirkung freigestellt. Im August 2012 fanden die Spieler Aufnahme beim neu gebildeten KIF-Kolding-Körb im Haun. Champions League 2011 Zwölftel In der Gruppenphase belegte Kopenhagen hinter dem THW Kiel den zweiten Platz. Nach Erfolgen über IK Sewehoff und den FC Barcelona erreichte man das Final-Vortunier in Köln. Dort unterlag man im Halbfinale BM Atletico de Madrid mit 23.25 Uhr. Durch einen 26 zu ein und 20 Sieg im kleinen Finale über die Füchse Berlin erreichte Kopenhagen im Schlussklasse Mauer der Champions League 2011 Zwölftel den dritten Rang. Weitere Erfolge Dänischer Meister 2011-2012 Dänischer Pokalsieger 2010-2011 Besonderheiten Für ein Novum und internationales Aufsehen in der Handballwelt sorgte der Verein damit, dass er in seiner Debütsaison 2010-11 anfing, in ärmellosen Trikots anzutreten. Da die Trikots vom dänischen Sportartikelhersteller Hummel jedoch in dieser Form nicht konform mit den Regularien des Europäischen Handballverband EHF waren, musste der Klub zumindest bei internationalen Spielen in Trikots mit Ärmeln antreten. Ein Grund hierfür ist, dass das jeweilige Logo des internationalen Klubwettbewerbs auf den Ärmeln angebracht werden muss. Bekannte ehemalige Spieler Kaspar Havitz Steiner EGE Mikkel Hansen Olafur Stefansson Gagio Valur Sigurzen